ein plan für euch und zwar wir setzen uns da bei den rolltreppen hin bei medics ein muni soldat und gehen dann nicht mehr weg und töten alle gegner okay okay damit gibt es heute ein camperspezial oder wie ja das muss ja auch mal gemacht werden okay je nachdem wo wir spawnen damit servus und herzlich willkommen bei den kratzer gamers zusammenarbeit mit der last division wieder mit dabei wirst du hast da hallo und nex nein nex ist nicht dabei hallo okay wer geht versorger ich gehe versorger ja das sieht ganz gut aus hier die position nicht in wir nämlich genau in der falschen ecke ja dann müssen wir die position halt einnehmen das sollte sein das problem sein oder das ist bei charlie bei den rolltreppen genau ich bin schon an rolltreppen ich bin sogar schon oben bist an drei gehen vorbei gelaufen aber ich bin dort wo du wolltest dass du sie hingehen links gut da kommt er jetzt die rolltreppen hoch ah gott ja wenn ich gerade auf den anderen schieß ja genau der skill die mutter fucker und hinter dir ist das medikit danke oder die treppe hoch ja sicher der gibt mir nämlich einmal wieder zwei mal campingausflug deluxe da unten in dem auto showroom sind schau schau in dem ding da unten genau genau da wo das aufruf steht können wir denn hier charlie verlieren während wir da mit 50 man daneben sitzen weil wir oben sind die aufs dach eigentlich auch ein sie gar nicht nicht möglich ich gehe dich rätseln warte bist du gar nicht ich bringe ich alle um so ich komme wieder hoch zu euch bis einer weint auf der kommt es einer von alpha müssen da vorne müssen wir die wand zerstören dann können wir nämlich auf acht aufschießen und ah shit ich bin tot sind drüben mit einem kleinen gun danke der hat nur kurz hergeschaut halte da kommt glaube ich noch rauf ja wieso erwischt ihr immer mich warum nur jetzt kommt einmal danke oh nein ah shit ich habe den allein nicht mehr netzen können ja furcht ich bin ja auf der rolltreppe klein glaube ich da kann man mich nicht ja Flo habe ich nur einen kurzen gegeben und wo rechts unten steht es rechts hinten er kriegt neue granate zapzen sehr gut ich habe euch da aber wir müssen mal c holen ja wir haben keine anziehen Punkt oh so dann sollten wir uns vielleicht bravo anholen gell ja ich laufe einmal A ne wir können B besser holen von hier aus ja sicher wieso gibt der mir immer A da danke oh wir draußen sind auch ne gell ja er geht hinten rum zu B ja wie hinten rum bin bei bravo da kommt was von hinten gescheiße ich sitz bei C mach mir gleich in die Hose bei bravo 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 gehört uns toll C müsste eigentlich nur man eine Einlehnung gehen dann gehört das auch schon uns naja rain Stци am Weg das hört bravo bravo gehört noch immer uns Kommt da noch so ein Bravo. Oh, Bravo, wieder angriffen. Ich markiere mal für euch. Oh, der Wishmaster liegt da noch so arm rum. Danke. Ja, genau. Halt dich erst mal voll. Nein! Da Bravo ist einer beim Auto, genau bei der Flagge. Zwei. Aua, aua, aua. Irgendwas hat mich hier gerade... Irgendwas bombardiert uns hier kaputt. Ah, ich habe den Übeltäter gefunden. Oh, da kommen wieder eine Rolltroppe hoch. Äh, uh, genau zu sein, vier Leute. Okay, warte, ich habe mir noch eine Bravo vorher. Wir können auch eben zu A gehen. Der Bravo gehört uns. Was? Wo kommt... Wo ist denn er herkommen? Da war doch gerade noch einer von uns. Jetzt... Hallo? Ja klar, der Gegner wird... Jetzt die wieder neu hat. Ich habe hier Erfolg gehabt. Okay, Andi, kompatiert. Schauen wir, dass wir C wiederholen. Danke. Hm. Bei C, da macht sich gerade die ganze Gegner-Armada bereit. Dann schauen wir uns einmal A da. Ich bin unten in dem Liftgang drinnen. Freelance, ich bin hinter dir. Ich glaube, ich habe mal B markiert. Ich greife jetzt das Einsatzziel an. Was hinter dir? Ah, ist gegenseitig. Magnum, Swagnarm alert. Da, der frisst der McCrämmer. Der sollte eigentlich kommen. Nö, er hat sich anders überlegt. Ja, gerade. Der war nicht so dumm, als ich McCrämmer klaufe. Nein, Alter, bei der Statue. Ja, ich bin da. Ich habe gerade nur so einen blöden Granatwerfer. Ah, shit. Ich bin komplett übersehen. Nö. Er hat mir fast einen Rekwärtsack gemacht. Hier gehen wir bei Charlie raus, Trex einnehmen. Oh? Keine Harte übersehen. Au. Wo? Ah, Gott, da waren da immer oben, Anna. Was hat mir eine Leiche jetzt gemacht, bitte? Zehn, zehn Meter Sturm. Ich glaube, pass auf, sie sind oben, gell? Ich bohne gerade neben mir. Ja, das geht sicher, Alter. Sorry, war jetzt langsam. Ich versuche, dich zu holen. Äh, bei mir sitzt er im Container mit drei HP. Ich habe einfach schlecht geschossen. Wir sind bei Charlie unten drinnen. Geh mal rauf. Anna geht drüben die Treppe hoch. Okay, die Granate explodiert neben ihm und macht keinen Schaden. Ein Wunderwerk, der Technik, so ein Teil. Ja, G18, Power. Ja, genau. Ich komme wahrscheinlich jetzt von, von B irgendwo. Mhm. Kriegt der da unten gesichert? Boah, das sind genug drinnen. Na, Fanny. Granate, ach, scheiße. Danke. Noch einmal tot, hau eine Granate rein, dann kannst du die richtig holen. Hab keine Granate. Ach, schade. Ah, der andere von uns räumt schon auf. Kommt da wieder eine Treppe hoch? Okay, hol Treppe, okay, ist down. Irgendwer wieder, wohl in mein C4. Bei A, bei A. Ja. Ja, wir können jetzt von der Treppe runter auf A schließen. Ja, scheiße. Ah, fuck, ich habe noch einen Hedgehot am Draht, aber das... Die brechen durch zu Bravo vom Alpha. Ich bleib mal hier liegen. Ja, ich bin bei dir. Soll, ich weiß jetzt, dass da mein Kid klar war. Ja. Ach, scheiße. Da kriegen wir ein Bra... Ich bin ein Klawi. Bei Bravos ist ein Reingang. Sie laufen jetzt vorn zur Rolltreppe. Da kann man gleich füllen, wie soll ich sein. Okay, mal C. Ja, na, du triffst mich, bin tot. Aha. Wenn du wieder... Kommt rauf. Endlich, hier sehen wir drauf. Oh, drauf. Kommt gleich einer die Rolltreppe rauf, glaube ich. Na, doch nicht. Lauf weg. Ja, der kommt hinten rauf. Ah, das MG, das hilft gerade ganz gut. Wir werden mehr brauchen. Okay, wir haben gerade mal Bravo. Geh runter zu Charlie. Die kommen alle auf der Straße. Alle auf der Straße. Ja, C, ja. Und für den hinten auch noch. So, man. Straße ist clear. Gerade sind zwei überhalb von C. Ja, wir stehen unter der Treppe. Ja, da ist irgendwie in meiner Nähe von euch. Zeigst Munition? Ja, aber die kommen, gell? Du bist oben, gell? Ja. Ich laufe, ich laufe, ich laufe. Danke. So. Ja, gerade jetzt ladet er nach, natürlich. Idiot. Da sind wir im falschen Moment die Munition. Ja. Da sind wir im falschen Moment die Munition. Ja. Mach's normal. Oh, links. Da versteckt sind noch da hinten irgendwo. Oh, fuck, ich bin tot. Ja, achte, ich hab... Danke. Ich hab Dingens. Sorry. Yeah, MG, Alter. Ja, aber die geht ja ab. Die alte MG-Scherze, ne? Da unten, in dem Häuschen sitzen wieder welche. Oh, die bombardieren uns. Der Berserker, berserg da einfach rein. Ah, ist aber down. Letcher wieder. Bei auf der Treppe. Nein, oben sind drei. Okay, down. Ah, scheiße. Ja, ja, beleben. Ja, ja, beleben. Danke. Und wieder was für ein Durchgang, wo der Wichmeister gestorben ist. So, gar nicht, muss jetzt auch unter Schuss einmal nachladen. Oh, auf der Straße läuft einer. Ja. Sorry, geklaut. Da ist noch einer. Na ja, ich hab mal Hilfe bekommen. Sorry. Was, muss ich jetzt von der Seite mit aufgreiben? WC, WC. Wir müssen noch hinten auf die Treppe laufen. Ja, ich bewache hinten die Treppe und leg da mal. Geh mal hin. Geh mal runter und nimm mal Charlie wieder ein, gell? Dann freuen sie sich, wenn... Oder ich freu mich dann. Aha, da unten saß was, gell? Mg, ah, die Magnum ist ja gut. Wir müssen mal C holen. Bin ich dabei. Ah, da macht einer, okay. Pass bei uns. Oh, da versucht ihr dazu einer zu bombardieren. Ah, ja gut, okay. Mit der Mg. Achtung, hinten kommt einer rein. Ordnung, mir 27. Autsch, 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 Autsch. Kommt jetzt vor. Ah, ich bin tot. Komme. Dankeschön. Obwohl, keine Munition mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kam. Warte. Wir kommen von Alpha. Okay, Maa. Für die Munition. Ah, fuck, nachladen müssen unten im Gang. Pass auf. Mal, Alter. Anhabi, Anna ist durch. Die Brüder da unten reizen. Geh, Feuerschutz. Seh aber nix. Seh aber nix. Pass, ist leer der Gang. Von hinten, von hinten. Komm mal. Ja, ich habe ja Gamer hingestellt. Die werden sich dann eh überlegen. Ich glaube, der wollte die auch gerade kaputt machen. Da liegt einer. Ist down. Pass. Andi, ich krieg's einmal live. Danke, ich muss einmal nachladen. Unter C, unter C, Leute. In unten. Dann springst du jetzt wahrscheinlich fünf Gegner in die Arme. Ja. Zwei. Hab ich erledigt. Gut. A zu A. A. Ja. Ich werde jetzt wieder kommen, geil. Ja, hinten. Wau, 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 wau. Da ist er. Unten. Von hinten? Oder von wo? Unten bei dem Laden. Jetzt kommt er durch den Mittelgang. Also wirklich durch den Hauptgang rein und schaut. Steht in der Mitte. Ich hole immer von hinten. Ja, ich habe das wiederbelebt und gestoppt. Sauber. Was hat's hier? Ja, oder das schaffe ich nicht vom Laufen her. Sorry. Ah, doch. Das kriegst du hin. No. Ah, fuck. Das hat ausschlägt. Sorry. Bravo geht. Mach dir mal. Feuer auf Bravo, ja. Ja, auf Eifer. Ah, da sind zwei bei Bravo direkt dran. Ein MG. Einer rechts unten. Okay, Bravo. Einer liegt, glaube ich, nur unter dem Auto. Ja, spawn, spawn neu. Da vorne lagst du gerade. Ja, da ist er gewesen. Er kommt jetzt unten raus. Warte, ich hole dich. Bravo, danke. Bitte. Wow. Ich werde hier grenadiert. Nein. Am unten liegt nur einer drinnen. Ganz Richtung Bravo. Zwei. Wir füllen uns jetzt gleich heim. Mhm. Autsch. Von Alpha. Ja, sehe. Bei MG-Typen. Schön. Unten drinnen wieder. Ja, geht gerade runter. Ja, der steht unten bei der Stiege. Und sneak und peeken rauf. Oh, fuck. Wieder da gleich, ja? Da ist er nicht drauf. Er hat seine Klamour gefunden. Ja. Aber ich kriege dich nicht mehr, scheiße. Egal. Ich bin euch beide nicht mehr. Ihr lagt gerade. Ja, ja. Das ist ungünstig. Jetzt Einsatzziel Alpha. Oh. Sehr schön. Wunderschön. Ich muss sagen, die kleinen Maps. Domination, das ist recht amüsant. Ja. Weil wenn man die Profitipps mit der Treppe kennt. Ja, natürlich. Dann geht das gerne nur halb doppelt so leicht. So, ich bin jetzt aber oben raus. Ja, ihr auch. Ich auch, ja. Hab dich gefreut. War wieder super lustig. Und wir alle sehen uns in der nächsten Folge. Baba. Tschö. War wieder super lustig. War wieder super lustig. War wieder super lustig. War wieder super lustig.